so nimmt er jetzt auf so hier beginnt jetzt das kanonrohr im hintergrund das ewige eis der gletscher was so blau schimmert bei der jungfrau und da hinten sieht man schon die fönwolken morgen geht es wieder mit einem dicken regenschauer weiter da die seilbahn birg und ganz im hintergrund das berühmte schildhorn der james bond der gedreht wurde da sieht man es noch mal das kommt gleich auf uns zu ne der james bond nicht nein quatsch wo bin ich das kanonenrohr kommt gleich auf uns zu so aber erst mal diesen überblick noch mal schildhorn birg und das ewige eis der jungfrau so da immer höher immer da ist spitze ja dann kann es ja gleich losgehen